Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Pantuletten mit Absatz. Das High-End-Produkt in unserem Pantuletten mit Absatz-Test geht an den Rieker V02K Dritter. Mit einem Sommerschuh aus der aktuellen Frühjahr-Sommer-Kollektion von Rieker lässt sich jedes modische Outfit auf perfekte und angesagte Weise ergänzen. Dabei sind die Schuhe von Rieker nicht nur dekorative, modische Produkte. Ihre besonderen Eigenschaften machen sie zu mehr als dem. Unsere speziellen Konstruktionen und die verwendeten leichten und elastischen Komponenten machen jeden Schuh zu einem Anti-Stress-Schuh. Unsere Besonderheiten sind ein Minimum an Gewicht, ein Höchstmaß an Flexibilität, eine Passform, die dort Raum bietet, wo sich das Volumen der Füße im Lauf des Tages vergrößert und eine optimale Schockabsorption auf verschiedenen Oberflächen. Diese Eigenschaften machen die Schuhe von Rieker zu perfekten Begleitern in allen Situationen des Alltags. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Feind-Damen-Pantolette. Obermaterial, Leder. Innenmaterial synthetisch. Sohleharz. Verschluss Slip-On. Absatzform flach. Schuhweite normal. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Pantoletten mit Absatztest ist der Beilohre Orthopedic. Es reduziert Fußschmerzen auf ein Maximum, wenn Sie über einen längeren Zeitraum stehen oder gehen. Atmungsaktives Tuch mit runder Zehenpartie und elastischem, ausgehülltem Strickoberteil hält Ihre Füße bequemer. Das Netz ist schön für die Hitze des Sommers. Spezielle luftgepolsterte Einliege sollen mit dämpfender Eigenschaft zur Unterstützung des Fußgewölbes und enger an den Füßen, um die Füße bequemer und sportlicher zu machen. Sie ermöglichen den Schutz von Muskeln, Gelenken und Sehnen. Die Hauptfunktion des Fußgewölbes besteht darin, die Schwerkraft vom Sprunggelenk durch den Talus zum kleinen Kopf des Mittelfußknochens und dann zum Fersenbein zu verteilen, um die Stabilität des Fußsohlens zu gewährleisten Unterstützung beim Aufrechten stehen. Diese leichten Wanderschuhe können als Alltagsschuhe verwendet werden. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.